Die Firma Reichenbacher liefert CNC-Bearbeitungszentren, sowohl in die Industrie als auch ins Handwerk. Wir bedienen mit unseren Anlagen zwei verschiedene Anforderungsprofile, zum einen die Industrie als auch das klassische Handwerk. In beiden Bereichen kommen ganz unterschiedliche Anforderungen auf uns zu, als auch auf das Steuerungssystem. Wir positionieren die neuen Maschinenbaureihen im Bereich des Handwerks hauptsächlich. Da es im Handwerk häufig auf Generalisten ankommt, die mehrere Anlagen führen müssen, kommt es hier häufig auf leichte Bedienung der Anlagen an, intuitive Bedienung. In dieses Anforderungsprofil passt perfekt die Synomeric MC, da sie in der Auslegung sehr flexibel ist, viele Hilfsachsen bedienen kann, als auch mit der eigenen Oberfläche einen eigenen Flair des Maschinenherstellers mit einbringen kann. Den größten Nutzen der einfachen Bedienung haben am Ende Umsteiger und Einsteiger in die CNC-Technologie. Im sehr preisbewussten Segment der Handwerker legen wir darauf Wert, den richtigen Antrieb und den richtigen Servomotor für die passende Anwendung auszulegen. An der Synomeric MC können wir S120 als auch S210 Antriebe kombinieren. Das Lizenzmodell von Siemens kommt uns entgegen, indem wir keinerlei Lizenzgebühren bezahlen, nur für jede NC-Achse, die zusammen mit anderen Achsen interpoliert. Das Windows 10 auf der Synomeric MC bietet uns die Möglichkeit, eigene Anwendungen und Bedienoberflächen zu integrieren. Ich arbeite bei der Firma Inbau in Möttenheim. Ich arbeite auf einer CNC-Maschine. Ich fertige auf der Maschine komplexe Teile für den Betonschalungsbau. Heute fertigen wir die Teile nach einem CNC-Programm, die der Programmierer im Büro erstellt. Das Programm wird einfach nur auf die Maschinenoberfläche gezogen und Maschine gestartet. Die Teile werden nach dem Programm einfach so erstellt. Passt genau praktisch. Da wir in der Firma Inbau keinerlei Erfahrung mit CNC-Maschinen hatten, war wichtig, dass die Maschine sehr einfach zu bedienen ist. Diese Maschine ist speziell eine Maschine mit wenigen Knöpfen. Das Erlernen der Bedienung dauert nur ein paar Tage. Du musst das immer wieder machen, dann kostet das schon. Ich bin glücklich über die anschaffende Maschine. Es ist einfach die Fertigung der Schalungen sehr. Erlernen der Schalungen. Untertitelung des ZDF, 2020